Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, auf den Frequenzen der Stimme Russlands empfangen Sie die zweite Sendung aus der Sendereihe, das Jahr 1812, die Geschichte des Europäischen Krieges. St. Petersburg, Russland, Januar 1810. Napoleon war also entschlossen, zum zweiten Mal zu heiraten, um sich einen Erben zu verschaffen. Beim russischen Hof rät man herum, wie seine Erwählte heißen würde. Der russische Sachwalter in Paris, Fürst Alexander Borisowitsch-Kurakin, berichtete, der französische Hof bereite sich in vollem Gange auf die Hochzeit vor. Modedamen ließen sich Kleider schneiden, doch der Name der Erkorenen bliebe bis dahin unbekannt. Der Vatikan, Mitte Januar 1810. Aus Paris kommt auf den Namen des Pontifiks eine dringende Depesche, in der er dem Papst Pius VII. in ziemlich trockenen Worten vorgeschlagen wird, die Scheidung Napoleons von Josephine de Bournon zu legitimieren. Laut einer Legende soll der päpstische Sekretär, nachdem er einen Blick auf das Papier geworfen hatte, die sakramentalen Worte ausgesprochen haben. Nun, das ist eine Schöpperei für mehrere Jahre. Doch quasi am nächsten Tag wurde die Scheidungsverordnung für Pius VII. unterschrieben, wobei es so schnell geschah, dass die päpstliche Genehmigung praktisch mit umgehender Post nach Frankreich ging. So einflussreich war nun einmal der Antragsteller. Ein paar Tage später klärte sich auch die Intrige um die künftige Erwählte auf. Während einer Audienz bei dem Zaren fragte Colin Cour, der französische Botschafter in Russland, den Monarchen nach der Gesundheit seiner Schwester, der Großfürstin Anna Pavlovna, und fügte dem hinzu, dass man sich in Paris ihres bevorstehenden Geburtstags erinnere. Alexander bedankte sich in schmeichelnden Worten bei den Franzosen für ihr gutes Gedächtnis, und sobald sie gegangen waren, schickte er eine Geheimmeldung an seine Mutter Maria Förderowna. Nachdem die Zaren die Meldung gelesen hatte, fiel sie ohnmächtig um. Erst nach mehreren Jahren bekam man beim Russischen Hof Kopien von geheimen Dokumenten des französischen Außenministeriums und verstand endgültig die Ursache der Ohnmacht sowie die des guten Gedächtnisses. Aus geheimen Berichten des französischen Botschafters an Kaiser Napoleon I. Die Großfürstin Anna tritt ihr 16. Lebensjahr erst morgen am 7. Januar 1810 an. Für ihre Jahre ist groß gewachsen, hat wunderbare Augen, doch eine Schönheit ist sie nicht. Ihre Güte zieht man ihrem Verstand vor. In dieser Hinsicht unterscheidet sie sich völlig von ihrer Schwester Yekaterina. Laut Personen, die den Hof ihrer Mutter besuchen, habe sich Anna Pavlovna bereits vor gut fünf Monaten körperlich endgültig entwickelt. Alles an ihr verspricht, dass sie die Stattlichkeit und die Formen ihrer Mutter erben wird. Bekanntlich ist die Zarin Maria, trotz ihren 50 Jahren, bis jetzt eine perfekte Gussform für Kinder. Das, worüber Couraghin aus Paris schrieb, war eine wahre Katastrophe für den russischen Hof. Es ging nicht um Hunger oder Pest. Es ging lediglich um Beziehungen zwischen Mann und Frau. Doch von Launen dieses Gentlemans und seiner Herzensdame würden die Schicksale der Welt abhängen. Der Botschafter Couraghin teilte mit, dass Napoleon mit dem Gedanken spiele, eine der Zarenschwestern zu heiraten. Eine der vier also. Zwei Jahre zuvor hatte Napoleon bereits einmal seine Emissäre zu Alexander geschickt, mit dem Angebot, ihm die Lieblingsschwester des Zaren zur Frau zu geben, zu der Alexander laut dem Gerede vertraulichste Beziehungen hatte. Damals erklärte die Zarenmutter, Witwe Pavel I., dass sie ihre Mädchen niemals dem französischen Stiermenschen ausliefern würde. Darauf beeilt man sich, Yekaterina Pavlovna bei Zeiten an Georg von Oldenburg zu bringen. Einen großzügigen Burschen, dessen Kinder darauf berühmt wurden, Sümpfe in Abhasien trocken gelegt und mit Eukalypten bepflanzt zu haben, was dieses Berg- und Meeresland von einer Malaria-Epidemie befreite. Die Angelegenheit schien damit erledigt zu sein. Doch Jahre später kam das Problem wieder auf. Diesmal hieß es aus Paris nämlich, Napoleon denke an die Jüngste unter den Schwestern des Zaren. In seinem Bericht, der die verwitwerte Zarin dermaßen erschreckte, schrieb Couragin, dass der französische Hof in zwei Gruppen zerspalten wurde. Die eine mit dem Polizeiminister Fouché an der Spitze, wollte, dass Napoleon die russische Großfürstin Anna Pavlovna heiratet. Die andere sah die Tochter des österreichischen Kaisers Franks, Erzherzogin Marie-Louisie, als Braut. Napoleon selbst soll nicht einmal die Porträts beider Kandidatinnen angeschaut haben. Es interessiert ihn nämlich wenig etwas in der Welt, außer dem großen französischen Imperium. Welche Stute er aus den Zarenstellen nehmen würde, wie sich einer seiner Marschalle einmal ausgedrückt hatte, war ihm eine drittrangige Angelegenheit. Im Januar traf sich Alexander I. fünfmal mit dem französischen Gesangten Colin Kourou. Und jedes Mal wurde er nicht müde, dem Botschafter zu versichern, wie sehr er wünschte, seine Schwester als Frau Napoleons zu sehen. Dass die Letztere jedoch nach der Meinung ihrer Mutter Maria Förderowna noch zu jung und erst 16 Jahre alt sei und so weiter. Derzeit widersetzte sich die Mutter Zarin in Pavlovsk mit allen Kräften dieser Ehe und der Großteil des Hofes war ihrer Auffassung. Der Hass des gesamten Adels gegen Napoleon wuchs mit jedem Jahr und immer mehr mit der Ausbreitung der Kontinentalblockade, die Alexander nach dem Unionsschluss mit Napoleon eingehen musste. Rein praktisch kam es daran zum Ausdruck, dass alle englischen Waren aus St. Petersburg verschwanden. Vor allem war es das prächtige Tuch, aus dem sich die Modedarmen bald Kleider schneidern ließen und die englischen Glöckchen. Am 6. Februar 1810 versammelte Napoleon in seinem Palast eine dringende Sitzung. Aus Petersburg kam die Nachricht, die Mutter der Großfürstin möchte die Eheschließung ihrer Tochter mit Napoleon verschieben. In der Diplomatensprache bedeutete es die Absage. Napoleon war außer sich. An demselben Tag wurde er bei Metternich, dem österreichischen Botschafter in Paris, angefragt, ob sein Kaiser einverstanden wäre, Napoleon seine 18-jährige Tochter zur Frau zu geben. Sofort und ohne Bedenken, alles war schon in der Zeit der russischen Brautbewerbung durchstacht worden, erklärte Metternich, Österreich sei bereit, die junge Erzherzogin anzutrauen, obwohl es bis dahin keine offiziellen Verhandlungen darüber gegeben hatte. An demselben Abend des 6. Februars wurde ein neuer Beirat von Würdenträgern einberufen, der sich nun einstimmig für die Ehe mit der österreichischen Prinzessin aussprach. Bis zum Krieg mit Russland blieben etwas mehr als 860 Tage. Sie hörten die zweite Sendung aus der Sendereihe Das Jahr 1812, die Geschichte des Europäischen Krieges. In Text und Ton ist diese auf unserer Website zu finden unter www.german.ruvr.ru Das Jahr 1812, das Jahr 1812, das Jahr 1812,